Hallo Leute, heute ist es so weit. Heute sticht traditionell euren Texas Ommi den Rumpftopf für euch an. Was ist da drin? Angefangen im Mai mit vielen Früchten, starken Rum und Candice. So und jetzt ab in den Hals. Und ab jetzt gibt es jeden Tag eine neue Folge mit Johnny bis Heiligabend. Frohe Adventszeit! Wünscht eure Texas Ommi!